User Experience Design ist für mich das Design hinter dem Design. Häufig heißt es ja das Design, wir machen noch was schön. Nein, es geht um Problemlösung. Es geht darum, dem Nutzer, dem Anwender, dem Kunden zu helfen, seine Aufgabe zu erledigen, eine Lösung für sein Problem zu finden. Anhand einer konkreten Fallstudie durchlaufen die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer über alle Stufen des Designs, von der Persona über die Strategie bis hin zum Prototyp, der klickbar und erlebbar ist, über Designaspekte wie Markenführung, sodass man alle Stationen tatsächlich mal durchlaufen hat und jeweils Tools und Praktiken, Methoden gelernt hat, die man direkt nächste Woche im Job wieder anwenden kann. Ich fand es super, dass man ziemlich viele praktische Aufgaben hatte. Ich habe es tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte, es wäre irgendwie ziemlich theorielastig. Aber es war tatsächlich sehr praktisch bezogen und man könnte ziemlich viel ausprobieren. Alles, was man an der Theorie hatte, könnte man tatsächlich auch nochmal umsetzen. Das war super. Dieses Seminar eignet sich für alle Leute, die etwas mit digitalen Produkten zu tun haben. User Experience ist ein Teamsport und User Experience funktioniert nicht in Silos, also sprich in Abteilungen. Es geht nicht nur darum, dass UI-Designer jetzt UX-Designer werden, sondern User Experience ist ein Mindset. Die Atmosphäre, wie ich es mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es, fühlt sich geil an. Wir sind echt eine super Truppe. Ich habe noch nicht einen negativen Moment hier gehabt, wo wir uns wirklich mal gestritten hätten, sondern dann haben wir immer konstruktiv diskutiert, haben uns immer weiter gepusht, dass wir noch irgendwie noch eine bessere Lösung dann am Ende irgendwie kriegen. Und das fand ich schon echt, echt richtig cool.